Null Sterne Deluxe, Folge 35. Wie Mama oder Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnah und bodenständige Hilfe. Ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo Koch-Rookies. Diese Folge von Null Sterne Deluxe ist mal wieder was für die Liebhaber reiner Rezeptfolgen. Wie ihr sicher mittlerweile schon wisst, versuche ich euch ja meistens etwas mehr anzubieten als nur ein Rezept mit Rezeptangaben und Zubereitungsempfehlungen. Ich habe die Hoffnung, dass ich euch meine Leidenschaft für gutes Essen auch über einige interessante Informationen, die über das übliche hinausgehen, weitergeben kann. Insbesondere, wenn ich das Ganze auch noch mit ein paar Anekdötchen garniere, die euch meinen besonderen Bezug zum jeweiligen Essen vor Augen bzw. vor eure Ohren führen. Ich möchte zu euch aber auch immer ehrlich und authentisch sein. Und das Letzte, was mir bei Null Sterne Deluxe einfiele, wäre, euch irgendwelche Geschichten zu erzählen, die komplett erfunden sind. Und deshalb sage ich euch einfach diesmal, wie es ist. Zum heutigen Rezept gibt es einfach keine Geschichte, die ich euch erzählen könnte. Es ist einfach nur ein verdammt leckeres Essen. Es hat auch keine Zutaten, über die ich euch allzu viel Neues erzählen könnte, denn ein Riesenvorteil dieses Gerichts ist, dass es mit verdammt wenigen Zutaten auskommt und euch trotzdem an Stellen auf eurer Zunge packt, die vielleicht schon vergessen haben, dass sie da sind. Ich möchte euch heute erklären, wie ihr euch ein perfektes, schnelles Abendessen machen könnt, das frisch und warm lecker schmeckt und aber auch am nächsten Tag kalt gegessen werden kann und euch sozusagen als Meal Prep für den nächsten Arbeitstag in der Mittagspause zur Verfügung steht. Dazu eignet sich hervorragend das klassische englische Sandwich, das ich euch heute als Chicken Curry Deluxe Sandwich vorstellen möchte. Als englische Muttersprachler wisst ihr natürlich, dass der Buchstabe D in der Wortmitte nicht mit ausgesprochen wird. Also Sandwich und nicht Sandwich. Ich sag's nur deshalb nochmal, weil ich letztens nochmal den Klassiker gehört habe, dass sich jemand beim Bäcker einen Expresso bestellt hat. Habt ihr in der Version sicher auch schon gehört. Mein absolutes Highlight habe ich aber erlebt, als ich selber in meiner Studentenzeit in einer Kölner Kneipe bedient habe und da so ein Typ reinkam und mit komplett ernster Miene einen Caffecino bestellt hat. Ich hab das dann nochmal testen wollen und nachgefragt, ob er den Caffecino lieber französisch oder italienisch wolle, also mit geschäumter Milch oder mit Schlagsahne. Und das Geilste war sein Gesichtsausdruck. Er guckte nämlich so, als ob ich ihn verarschen wolle. Ja, okay, wollte ich ja irgendwie auch. Aber da bin ich doch tatsächlich schon wieder im Reich der Anekdoten angekommen. Also zurück zum Sandwich. Wohl wirklich eine englische Erfindung. Angeblich gelangte es zu seiner Berühmtheit und Verbreitung, weil der Earl of Sandwich im 18. Jahrhundert so ein besessener Kartenspieler war, dass er sich einfach keine Zeit zum Essen nehmen wollte und so auf die Idee kam, nach einem Imbiss zu verlangen, den man wunderbar auch beim Kartenspiel verzehren konnte. Wie immer weiß man natürlich nicht, ob diese Geschichte auch zu 100% stimmt. Aber ganz sicher bin ich mir, dass der Belag der ersten Sandwiches nicht so perfekt aufeinander abgestimmt war, wie es beim heutigen Chicken Curry Deluxe Sandwich sein wird. Für 8 dieser leckeren Sandwiches benötigt ihr die Zutaten, die ich euch in den Shownotes zur Folge notiert habe. Na gut, ich sag sie euch auch. Ihr braucht also 4 Hähnchenschenkel, ein Glas mit 250 Gramm Mango Chutney, 200 Gramm Mayonnaise, 2 Teelöffel Limettensaft, 2 Esslöffel Currypulver, 1 Kopf Eisbergsalat, 16 Scheiben Sandwich Toast, Salz und Pfeffer aus der Mühle natürlich. Als erstes legt ihr die Hähnchenschenkel in einen Topf und bedeckt sie komplett mit Wasser. Lasst sie jetzt für eine Stunde leise vor sich hin köcheln. Ihr habt gerade eben erst das Hühnerfrikassee aus Folge 34 von 0 Sterne Deluxe gekocht und noch Fleisch übrig, prima, dann könnt ihr euch diesen Schritt sogar sparen. Auf keinen Fall solltet ihr jedoch auf die Idee kommen, euch irgendwelche gekauften Hähnchenbruststücke aus der Kühltheke klein zu schneiden. Das Zeug ist viel zu trocken. Also investiert lieber die Zeit, die die Hühnchenschenkel im Wasser verbringen müssen. Es kostet euch ja keinerlei Arbeit. Wenn die Hähnchenkeulen lange genug gekocht haben, holt ihr sie aus dem Topf und legt sie auf ein Schneidebrett. Lasst sie ruhig etwas abkühlen, dann ist der nächste Schritt angenehmer. Mit zwei Gabeln entfernt ihr jetzt die Haut von den Schenkeln und zupft das Fleisch vom Knochen. Dieses solltet ihr, wenn es vom Knochen gelöst ist, mit einem großen Kochmesser noch etwas zerteilen, denn das ist nachher für euch beim Essen doch etwas einfacher. Ihr braucht übrigens so ungefähr 300 Gramm Hähnchenfleisch. Gebt die 300 Gramm von dem saftigen Fleisch nun in eine Schüssel und gebt 200 Gramm Mayonnaise hinzu. Oben drauf kommen die zwei Esslöffel von dem Currypulver und schließlich kommen noch die zwei Teelöffel Limettensaft hinzu. Ich selbst habe immer etwas Zitronen- und Limettensaft im kleinen Glasfläschchen im Kühlschrank. Wenn ihr beispielsweise gerade nur Zitronensaft da habt, dann nehmt eben diesen. Aber Limettensaft würde tatsächlich zum Endprodukt ein bisschen besser passen, da ihr neben der Säure auch eine gewisse Herbheit mitbringt. Ihr wisst sicher, was jetzt kommt? Richtig, ihr dürft nun alles mit einem Löffel ordentlich vermischen. Damit ist die Füllung für unser Sandwich bereits fertig. Das war ziemlich simpel, oder? Der Rest ist auch komplett easy. Keine Angst, toastet das Sandwich-Toastbrot leicht an. Es sollte nicht zu dunkel werden. Danach bestreicht ihr alle Scheiben dünn mit dem Mango-Chutney aus dem Glas. Beim Kauf in der Asia-Ecke eures Supermarktes würde ich darauf achten, dass ihr die scharfe Variante kauft. Mango-Chutney ist von Haus aus sehr süß und da tut ein bisschen Schärfe als Kontrast ganz gut. Keine Angst, es wird euch nicht zu scharf sein. Vertraut mir. Wenn ihr noch nie ein Chutney probiert habt, dann stellt ihr es euch am besten als eine Art pikant-herzhafte Marmelade vor. Diese Zutat ist zuständig für das Deluxe im Titel des Rezepts. Nachdem ihr die Toastscheiben dünn damit bestrichen habt, legt ihr bitte Blätter eures Eisbergsalates so über die Toastscheiben, dass sie vollständig bedeckt sind. Dabei ist es gar nicht schlimm, wenn der Salat ein wenig über die Ränder übersteht. Wir werden das gleich noch optisch korrigieren. So, alle Toasts bestrichen und mit Salat belegt? Dann müsst ihr jetzt nur noch unsere Füllung auf jede zweite Toastscheibe streichen. Ihr könnt das mit einem Messer machen. Ich klaue mir dafür eine Kuchen- bzw. eine Winkelpalette von meiner Frau. Damit geht es viel schneller, gleichmäßiger, also besser. Kennt ihr die Dinge? Ich werde einen Link in die Shownotes packen. Natürlich lohnt es sich nicht, so eine Palette nur für dieses Rezept zu kaufen. Aber vielleicht backt ihr ja auch gerne. So, uns trennen jetzt nur noch drei kleine Schritte von der Fertigstellung dieses famosen Snacks. Bastelt die Sandwiches zusammen, indem ihr je eine Scheibe Toast, welcher nicht mit der Füllung bestrichen ist, auf eine Scheibe legt, die ihr zuvor mit der Füllung bestrichen habt. Legt alle fertigen Sandwiches jetzt dicht beieinander und beschwert sie von oben mit einem schweren Gegenstand, der groß genug ist, um sein Gewicht auf alle Sandwiches auszuüben. Ich nehme dafür eines meiner großen Bambusschneidebretter, welche ich euch schon einmal in einer früheren Folge von Null Sterne Deluxe empfohlen habe. Die Links dazu packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Alternativ könnt ihr aber auch ein Backblech aus eurem Ofen verwenden und es mit ein bis zwei Kochbüchern beschweren. Mit diesem Kniff soll erreicht werden, dass die Sandwiches etwas komprimiert werden. Es geht aber nicht darum, die Füllung aus ihnen heraus zu quetschen. Also seid ein bisschen sorgsam bei dieser Aktion. Wenn eure Sandwiches so ungefähr 10 Minuten mit der Last fertig geworden sind und jetzt also etwas flacher und kompakter geworden sind, machen wir uns noch an den letzten Schritt und verpassen den Sandwiches noch die perfekte Optik. Dieser letzte Schritt klingt eigentlich ganz einfach, ist aber handwerklich eigentlich sogar der schwerste Schritt an dem Ganzen. Ihr schneidet jetzt die Ränder des Toastbrotes ab und erreicht damit, dass ihr einen absolut sauberen Abschluss am Sandwichrand habt, da jetzt vor allem noch überhängende Salatblätter bündig abgeschnitten werden. Wenn ihr das geschafft habt, schneidet ihr die Toasts noch einmal diagonal durch, damit ihr die handliche und typisch dreieckige Form eines Sandwiches erreicht. Ihr werdet sehen, dass diese Schneideraktion zwar sehr einfach zu verstehen ist, aber gar nicht so leicht umgesetzt werden kann, da wir im Inneren unseres Sandwiches ja die reinste Lebensmittel-Rutschbahn zusammengestellt haben. Mango-Chutney unter den Salatblättern und darüber unsere Mayo-Curry-Chicken-Füllung. Das kann eine ganz schöne Sauerei geben, wenn man da mit einem falschen oder nicht ganz scharfen Messer herumfuhrwerkt. Falls ihr so ein elektrisches Messer habt, dann ist das heute ein gutes Einsatzgebiet. Aber ehrlich gesagt kenne ich solche Messer mehr so von der Generation meiner Eltern. Hat das heutzutage noch jemand? Was ihr aber hoffentlich zu Hause habt, ist ein Brotmesser mit einem sogenannten Wellenschliff. Damit geht es hervorragend, wenn ihr darauf achtet, schön zu schneiden und nicht zu reißen. Ansonsten habt ihr sicher irgendein Messer, das eine nicht glatte Klinge hat. Notfalls geht auch so ein Tomatenmesser oder sowas. Irgendwie werdet ihr auch diesen letzten Schnitt hinkriegen, um dann eure perfekten Curry-Chicken-Deluxe-Sandwiches in der Hand zu halten. Natürlich schmeckt dieses Sandwich am besten, wenn es gerade frisch gemacht wurde. Aber die Kombination aus saftigem Hähnchenfleisch in einer Curry-Mayo mit dem Spritzer-Limettensaft, welcher in dem Mango-Chutney einen süßen Gegenspieler hat, wird euch auch am nächsten Tag im Büro noch überzeugen. Der knackige Eisbergsalat und die cremige Curry-Füllung geben euren Geschmacksknospen dann noch den Rest. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit! Du weißt, was jetzt noch kommt. Wenn dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es wichtig für mich, dass du dich beteiligst, indem du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um mit mir in Kontakt zu kommen. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. über Apple Podcasts geben könntest, damit Null Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll, denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.